im aktuellen spiel bullen gegen die bären steht es 3 zu 1 für die bullen zumindest mal sieht es aktuell ein bisschen besser aus aus bullischer sicht gucken wir uns mal an warum ich auf diese idee kommen naja gut fangen wir mit dem nasdaq mal an das ist der tag titel aus amerika und der hat wir sehen dass hier im fünf minuten chart noch so im hinteren ende einen schönen anstieg gehabt wir sind sehr sehr wackelig korrektiv hier auf dem weg nach unten das ist ein typisches korrektives gehabe könnte man sagen naja gut wenn abwärts aber korrektiv ist starke bewegung nach oben dann lässt es doch vermuten dass wir eigentlich in der aufwärts richtung unterwegs sind also das ist doch schon mal eine gute nachricht wenn wir uns das mal so angucken gar nicht so schlecht die voraussetzung auch übergeordnet mit dem bruch aus dem trennenkanal über das zwischenhoch hier man hat zumindest mal die vermutung dass der ein oder andere bulle gerne gewillt ist hier in die märkte wieder mit einzusteigen schauen uns den dow jones an der dow jones im großen bild auf tagesebene sowieso ein aspirant für die bullische seite wir warten eigentlich nur noch darauf nachdem jetzt die 32.000er ich sag mal vorsichtig dass 32.000er umfeld gesehen haben hier im großen ihr seht der war ja deutlich tiefer noch aber eben noch in diesem umfeld in diesem bereich den wir hier genannt hatten ist er eigentlich sowieso ein aspirant für die bullische seite manch einer wird vielleicht noch sagen na guck mal hier die oszillatoren stehen doch auch auf der richtigen seite ja das mag alles eine rolle spielen aber im aktuellen bild sehen wir auch dass die bewegung hier im fünfminuten chart wunderschön nach oben ist das ist ein gutes ein bullisches zeichen mit guten voraussetzungen dass der markt noch weiter nach oben gehen kann schauen wir uns den dax an in diesem zusammenhang der dax ebenfalls wunderschön hier auf der aufwärtsseite richtig schön gestiegen das ist ein ebenfalls ganz positives zeichen ein bisschen vorsichtig vielleicht noch denn das eigentliche zieltief für die korrektur ist noch nicht erreicht aber das kann ja noch in der späteren folge hier irgendwann passieren also vielleicht nicht gerade jetzt aktuell wir haben da aktuell zumindest mal hier im 15 minuten chart eher eine tolle aufwärtsrichtung und manch einer der den trade des tages beziehungsweise meinen hinweis in born for trading zum dax gesehen hat der hat hier schon ein mögliches long signal da hatten wir schon darauf hingewiesen schaut euch gerne an dann habt ihr dazu eine idee das ist jetzt der index den kann man ja eh nicht handeln ich habe es dann auf den dax future beziehungsweise entsprechende konsorten dann gemacht da habt ihr dann die entsprechenden marken dafür auch also das sieht doch alles positiv aus und naja es gibt noch einen marktbreiten index der nicht ganz so toll aussieht zumindest mal bin ich da ein wenig zögerlicher ja möglicherweise wird der mitgerissen mit der wucht der bullenseite denn alles was nach oben zeigt wird sicherlich auch den breiten markt mit nach oben ziehen also der s&p 500 hat eine gewisse chance und sind wir mal nicht super pingelig das ist ja auch schon mal eine ganz hübsche bewegung nach oben auch wenn ich sagen muss mit diesen vielen auch internen rücksetzern ist das mir am weitesten am auffälligsten hier eher die korrektive seite aber da machen wir mal den mantel des vergessens drüber insgesamt ist es eine aufwärts richtung was mir aber hier nicht gut gefällt tatsächlich überhaupt nicht gut gefällt ist der anstieg den wir hier in den letzten tagen seit dem 13. märz hatten das ist etwas was für mich sehr sehr auffällig ist denn so sieht klassischerweise eine korrektive bewegung aus ich könnte mir mal ein trendkanal einzeichnen damit auch das ungeübte auge das vielleicht noch besser wahrnimmt ihr seht wir haben steigende tiefs steigende hochs ja das soll gutes sein ja aber diese gegenbewegungen sind überschneidend und wir sehen das ist dreiwellig wir sehen das ist dreiwellig und korrektur korrektur bewegung haben sehr viel dreiwelligkeiten auch intern aber eben fünfwellig fünfwellige bewegung das wäre etwas für die haupttrend richtung eigentlich für die für das eigentliche das große bild das sehe ich hier aktuell nicht insofern der s&p ist der große widersacher im markt ob der allerdings den markt niederringt das ist mal dahingestellt trotz alledem wenn ich den s&p alleine mir angucke würde ich sagen also so eine bewegung was sich hier gerade hier hoch wackelt schreit förmlich danach dass wir später noch mal weiter runter gehen und zumindest mal die 3800 der marke die wir hier mal angesprochen haben noch mal durchstößt also das tief von wann war es mitte ende dezember hier irgendwie kurz vor weihnachten dass wir das tief noch mal durchstoßen also wenn ihr mir nur diesen chart hier zeigen würdet oder von mir aus auch noch diesen hier mit den details würde ich sagen also ich würde nicht mich auf die bullische seite stellen sondern da auf der abwärtsseite mich noch mal vorbereiten na gut das kann man natürlich trotzdem tun dafür könnte man zum beispiel die zwischentiefs 15 märz gegen mittags das war beim future hier 3862 eventuell später das dafür müsste der allerdings einmal höher gehen denn das qualifiziert sich erst für ein short einstieg wenn der kurs höher war als das hier dann wären das mögliche short entries mit der zielrichtung hier und ihr seht schon naja das chance risiko verhältnis für diese idee ist nicht optimal deshalb weiß ich noch nicht so richtig ob ich das wirklich so handeln möchte aber ich möchte der fairness halber ich zumindest darauf aufmerksam machen dass nicht der gesamte markt zu gleichen teilen bullisch unterwegs ist bärisch allerdings in der ausführung würde ich jetzt hier nicht sein was mich wieder auf die bären seite aktiv treiben würde hier beim s&p 500 das wäre eine starke abwärtsbewegung wird gefolgt von einer korrektiven mittel also in die mitte gehende gegenbewegung hier dann kennt ihr das bild dann wäre ich auf jeden fall sehr gerne auf der short seite mit dabei denn das ist so ein klassisches bild wenn er das denn machen würde das weiß ich nicht im moment macht das ja nicht aber wenn dann wäre das hier für mich die short seite und ich würde mir ernsthaft überlegen ob man vielleicht nicht sogar etwas länger drin bleibt oder zumindest ein teil weiter laufen lässt in der erwartungshaltung dass er ja dann diese tiefs wie angesprochen noch mal durchstößt und dann auch wirklich vielleicht die 3800 und dann eigentlich sogar noch mal die 3500 er sieht aber na gut im moment sehen wir das hier alles noch nicht das heißt das ist jetzt ein gedankenmodell noch nur wenn sich das materialisiert wenn wir das sehen sind wir gewarnt wenn wir das sehen sind wir kurz vorbereitet und wenn wir das sind sehen dann sind wir short sozusagen also ihr seht die drei stufen der vorbereitung hier für die short seite so wollen wir aber wieder beim positiven abschließen oder mit dem positiven abschließen der amerikanische markt gemessen am nasdaq 100 ist wunderschön stark in aufwärtsbewegung mögliche zwischentrigger für die long seite sind eben diese typischen zwischenhoch marken da hatten wir eins am 20 märz naja mitten in der nacht war da eins das war beim future auf 12.700 knapp 30 nur dass ihr das so orientieren könnt guckt selber in eurem chart nach viele von euch handeln ja nicht die future sondern entsprechend an andere konstrukte achtet auf das zwischenhoch 20 märz halb zwei nachts da gab es nicht so arg viele aber das war zumindest mal so das letzte zwischenhoch warum nicht das hier weil das ist nicht das letzte zwischenhoch das ist schon in der aufwärtsbewegung ihr seht hier war das tief der es leicht höher zumindest mal wenn ich jetzt hier auf diesen kurs mich hier beruhe auf den future kurs den wir hier haben an sich allerdings das insgesamt sieht eben sehr korrektiv aus deshalb die bullische seite eine alternative wäre wenn der kurs jetzt mal nach diesem anstieg ob mit durchbruch oder ohne also das ist egal ob er das noch unterhalb macht ob er jetzt noch höher klettert und dann es macht wenn er eben nach einem starken anstieg korrektiv nach unten käme gäbe das ebenfalls noch mal bullische szenarien also um da einzusteigen aber da warte ich dann auf den rücksetzer damit ich sehe dass die gegenseite auch möglichst schwach ist und diese möglichst fünfwellig oder einwellig nach oben eben geht also das ist so die überlegung die wir jetzt hier drin haben ein kleiner tipp für die die genau hingucken im moment sieht das aus wie eins wo da fehlt noch eine vier eine fünf dann hätten wir diese fünfwelligkeit und dann korrektiv hier runter böte zumindest mal eine realistische chance für irgendwie sowas weiter hat der nasdaq jetzt überhaupt keine chance für die abwärtsseite naja da würden wir es uns zu einfach machen auch der nasdaq kann drehen dann müsste er allerdings wieder stark runter gehen und wackelig hoch also wir haben das ja häufiger mal dann geht er wackelig hoch und dann geht er halt noch mal runter also ihr seht das geht auch aber da müsste man halt irgendwie korrektiv das kann dreiwellig oder mehrwellig sein mit überschneidung dann wären es dann die abwärtsseiten also auch dieser markt ist dann nicht mehr bullisch wenn er eben die starke abwärtsseite eben führt das übergeordnete bild allerdings aufgrund dieser naja eher korrektiven abwärtsbewegung die wir hier haben sieht er zumindest vorläufig nach der bullischen seite aus der dow jones der sieht ebenfalls grundsätzlich gut aus der teil gefällt mir hervorragend was wir jetzt hier bräuchten wäre eine korrektur runter das wäre vielleicht etwas was ich im nächsten in einem der nächsten trade des tages je nachdem wann und wie das ist hier mal bespreche oder eben im born for trading vielleicht auch gegebenenfalls intraday da nochmal aufgreife also wenn ihr selber mal auf den markt schauen wollen dieser anstieg ist super achtet immer drauf dass ein rücksetzer gemessen vom tief zum hoch wo ist es tief ich muss es nur treffen vom tiefsten punkt zum höchsten punkt im moment ist es der hier das kann sich aber noch ändern wenn er jetzt noch weiter klettert dann muss ich natürlich von dann bis zu von da bis zum höchsten punkt dann messen aber in diese box klassischerweise wenn er da reingeht und das in einer möglichst a b c oder mehrwelligen bewegung dann hätten wir beste voraussetzung dass sich das noch mal fortsetzt nach oben also hausaufgabe für all diejenigen die es nicht abwarten können guckt selber diese bewegung mal an in den nächsten stunden kommt irgendwann dieser rücksetzer denkt daran es muss jetzt nicht sofort passieren es kann sein dass er erst noch ein bisschen weiter klettert aber eins ist relativ wahrscheinlich wenn das kommt und er in diese zone rein läuft und er dann da triggert dann läuft er auch noch entsprechend weiter vielleicht ja sogar noch weiter um das gesamte korrekturmuster damit zum ende zu bringen also gute chancen vielleicht zum nächsten deutlichen und richtigen weitgehenden anstieg das sehe ich beim dow jones allemal gegeben abwärtsseite natürlich müsste genauso aussehen wie ich das beim s&p eben eingezeichnet habe oder beim nasdaq das würde natürlich mindestens vorläufig hier mal den wind aus dem segel nehmen aber solange es korrektiv runter geht bleibt es da das gleiche bild so und hier natürlich ebenso das muss ich glaube ich jetzt nicht mehr groß einzeichnen mit allen details das messt ihr selber aus vom tief von heute morgen bis zum dann vorliegenden hoch die korrektur bewegung und dann den trigger hier auf der nordseite zumindest für zwischen longs nochmal nehmen oder wie gesagt den von mir vorgeschlagenen trade des tages mit den entsprechenden marken ein etwas anderer handelsansatz aber ein bisschen einfacher und vielleicht auch für viele ein bisschen einfacher nachzuvollziehen so in diesem sinne drücke ich euch jetzt die daumen dass ihr egal für was ihr euch entscheidet für welchen markt und für welche richtung ihr auf der fall die daumen wünsche euch alles gute bis zum nächsten beitrag